Boah Leute, was geht? Wir spielen wieder Runde, äh, Half-Man-Sieber. Okay. Nein, kann nicht sein. Okay, was gibt's denn hier? Süß. Hey, cool! Ich hab einen Holzstörer, ich kann nicht damit umgehen. Hey, nochmal. Cool. Ein Tor offen? Ja. Ich weiß, ich hab irgendwas gemacht. Ja, folg mir, du Penner. Hier ist nichts mehr. Okay, ich hab ein Tor geöffnet, aber... Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Oben. Worum? Hier, aber am Bergkorb. Ah, okay. Was ist denn eine leere Kiste drin oder was? Ah, okay. Ich kann nicht, ich kann nicht. Ja, ja, ja. Ich hab 280 Gold. Ich kann wirklich nicht. What the fuck? Ich hab einen Helm gefunden. Hm, dumm, dumm, dumm. Scheiße, ey. Gut kostet? 400 Gold, okay. Woah, what the fuck. Ich hab einen Helm gefunden. Hm? Gut. Nee, der ist ein bisschen süß. Süß. Nochmal in den Mund. Wächter sind weg. Niedlich. Hopp man sich immer, wenn man was schöner findet. Ja, ne? Boom. Okay, wiederum bis nochmal. Oh. Tor offen. Hm. Cool. Oh. Oh. Oh mein. Goodness. Oh, what the fuck. Ich bin am Anfang wieder. Alter. Was für mein perverte Scheiße, ey. Das ist nicht so jetzt für am Laufen, wie ich es denke. Ne, man geht. Oh, halt. Echsen, man. Pirat. Helm. Redseele. Nice. Okay. Ich hab ihn. Hm. Oh, hier ist nichts mehr. Uuuuh. Ein Skelett. Kaui. Oh, 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 oh. Alter. Was für eine heftige Schlange, Alter. Alter Schwede. Alter, der fickt dich ja weg, ey. Du bist wild. Was? Ich denke, der ist gewandt. Mann. K***,ologique grad. Scheiße, warum bin ich, aber ... muss ich nun noch wieder ... hier ist nichts, okay. F**k you. Oh. Hä? Ääh. Was ist er da? Hat einer von euch 1300 Gold zum Resetten? 10 Sekunden, ja. Ich glaube das war unser letzter Reset, kann das sein? Wo ist der Weg zum Gegner? Wo ist die Burg? Junge, ich finde hier Zeug, das ist die Härte. Ich kann es noch mal Resetten. Ich versuch's. So, einmal hab ich noch Resettet. Achso, hier war sie. Wo seid ihr? Ich bin ja nicht rübergekommen. Ich hab über eine halbe Minute mit 53 Damage... Ach, scheiße ey, ich glaub's nicht. Und der Sieger ist Loki Walks, ey. Die Schwuchtel hat gewonnen, ey. Verdammte Hacke, ey. Ich war grad bei so einer... Ich war grad bei so einer Bitch, Alter, mit der ich einen Puck schließen konnte. Puck schließen? Dein Level ist hoch. Tja, Loki hat gewonnen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace. Reborn, jetzt gehen wir. Okay, los geht's. War's eiskalt, ne? Ich hab, äh... Okay. Ach, du bist ja... Warum? Ja, erzähl mir warum. Ich mein, ich versuch ja schon, mich zu begeistern für dieses Spiel. Ich mein, das macht richtig viel Spaß. Und ihr werdet vielleicht... Aber... Soll ich nicht mit Freunden spiele. Aber Leute... Redet doch mal. Hö' Ja. 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 Vielen Dank.